Der mathematische Muntermacher, ein Podcast der Speed Learning School, von und mit Michael Junger. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen mathematischen Muntermacher. Mein Name ist Michael und von mir erfahrt ihr jetzt wieder, worum es in dieser Übung geht. Ich lese euch zwei Zahlen vor. Die zweite Zahl sollt ihr mit neun mal nehmen und zu dem Ergebnis dann die erste Zahl hinzuzählen. Und was dann herauskommt, das ist die Lösung der Aufgabe. Hierzu ein Beispiel. Die beiden Zahlen heißen 5, 2. Ihr müsst also die 2 mit neun mal nehmen, denn die 2 ist ja die zweite Zahl. Das ergibt 18 und dann die 5, die erste Zahl, dazuzählen. Die Lösung heißt dann also 23. Noch ein Beispiel. 3, 8. Hier heißt die Lösung 75, denn die zweite Zahl war die 8. Also gilt, 8 mal 9 ist 72. Und die erste Zahl hinzugezählt, nämlich 72 plus 3 ergibt 75. Habt ihr das verstanden? Immer die zweite Zahl mal 9 rechnen und dann die erste Zahl hinzuzählen. Dann können wir ja anfangen. Achtung! Jede Aufgabe wird nur ein einziges Mal vorgelesen. Aufgabe 1 Die richtige Antwort ist hier die 43, denn 4 mal 9 ist 36 und 36 plus 7 ist 43. Aufgabe 2 Hier lautet die richtige Lösung 62. Aufgabe 3 9, 3 Richtig! Die Lösung ist hier eine 36. Die vorletzte Aufgabe, Aufgabe 4 8, 7 Hier heißt die Lösung 71. Und nun schon wieder die letzte Aufgabe, Aufgabe 5 7, 5 Und hier heißt die passende Antwort 52. So ihr Lieben, das war's für dieses Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Muntermacher wieder dabei seid und sage bis dahin wie immer Tschüss! Das war ein mathematischer Muntermacher von Michael Junger. Dieser Podcast wird präsentiert von der Speed Learning School und wenn du noch mehr solches Material zur persönlichen Leistungssteigerung möchtest, dann gehe auf die Seite speedlearningschool.de und werde Speed Learner. Musik 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 Musik